Nach dem großen Knall ist vor dem nächsten großen Knall, wir sehen hier eine Wetterkarte, da sind teilweise Bereiche rot eingefärbt und das sind die Bereiche, da ist die Wahrscheinlichkeit für schwere Gewitter erhöht. Das ist heute hier vom Osten der Fall rüber bis in den Südwesten und im Süden von Deutschland, da kann es jetzt zum Nachmittag und Abend hin nochmal schwere Gewitter geben mit Starkregen, mit Sturmböen, mit Hagel, eben auch unwetterartig. Und dann wird es langsam immer trockener und nächste Woche nochmal richtig heiß mit Temperaturen im Süden von stellenweise mehr als 35 Grad. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Donnerstag hier bei wetter.net. Wir schauen uns mal die Bilanz an, im August bisher die ersten 16 Tage sind vorüber und wir haben eine mittlere Temperatur von 17,6 Grad Celsius. Verglichen mit dem alten Klima mittel liegen wir mittlerweile darüber um 0,4 Grad, also da ist das Minusvorzeichen verschwunden. Es geht Richtung positive Abweichungen und verglichen mit dem neuen Klima mittel liegen wir noch 1,1 Grad darunter. Bisher gab es 70 Liter Regen pro Quadratmeter und damit ist das Regensoll für den gesamten August jetzt schon zu 94 Prozent erfüllt, wahrscheinlich bald schon über 100 Prozent, also ein sehr nasser Monat bisher. Und es gab bisher 89 Sonnenstunden und damit ist das Monatssoll für den August in Sachen Sonnenschein zu 44 Prozent erfüllt worden. Wie gesagt, heute zum Teil kräftige Schauer und Gewitter zum Abend hin. Das hier ist die Wetterkarte um 17 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Wir sehen hier im Osten zum Teil kräftige Schauer und Gewitter, aber auch hier im Westen und Südwesten einzelne kräftige Schauer und Gewitter und auch im Norden sind einzelne Schauer und Gewitter unterwegs. Und auch zum Abend geht das munter weiter, vor allem hier im Osten und auch in der Landesmitte einige kräftige Gewittercluster. Da kann es eben nochmal stark Regen, Sturmböen und auch Hagel geben. Zum frühen Freitagmorgen, zum Freitagvormittag lässt das Ganze langsam nach und dann kommt eben immer mehr die Sonne zum Vorschein. Die Regenmengen bis zum 27. August hier mal dargestellt vom europäischen Wettermodell bis zum Ende des Modelllaufs. Wir sehen hier im Norden zum Teil knapp 100 Liter Regen pro Quadratmeter, ansonsten relativ wenig. Hier im Osten gerade mal 5 bis 10 Liter Regen pro Quadratmeter. Im Süden so um die 10 bis 20 Liter Regen pro Quadratmeter. Also nicht mehr ganz so nass wie in den vergangenen Tagen. Es bleibt eben ab morgen weit verbreitet trocken. Das könnt ihr auch live mitverfolgen auf unserer wetter.net-Wetter-App. Gibt es kostenfrei zum Download im Google Play Store. Wir schauen auf die Wetterlage in der kommenden Nacht zum Freitag. Da ziehen immer noch Schauer und Gewitter vorüber, teilweise richtig heftig nach Osten und Südosten hin. Dahinter lockern die Wolken später auf. Die Temperaturen gehen so auf 18 bis 14 Grad zurück in den Ballungsräumen, zum Teil um die 20 Grad. Also da kann es nochmal für eine tropische Nacht reichen. Ein Blick auf die große Wetterlagenkarte von Freitag. Und wir sehen hier die warmen Luftmassen. Die haben sich wirklich von Ost bis nach Westeuropa komplett breit gemacht. Auch in Südeuropa sehr viel Wärme. Und auch hier im Südwesteuropa wird es nochmal deutlich heißer werden in den kommenden Tagen. Da strömt nämlich hier aus Nordafrika Sahara-Luft heran. Ein Teil dieser Sahara-Hitze kommt dann nächste Woche auch bei uns in Deutschland an. Aber was heißt nächste Woche? Auch morgen ist es schon sehr warm im äußersten Südwesten. 34 bis 36 Grad können hier gemessen werden Richtung Breisgau. Sonst im Rest des Landes morgen 28 bis 32 Grad. Morgens noch einzelne Schauer und Gewitter. Aber nachmittags verbreitet Sonnenschein im ganzen Land. Und auch der Samstag fällt sehr freundlich. Hier auch sehr heiß. Temperaturen wieder so 34 bis 36 Grad in der Spitze im Nordwesten mit 28 Grad. Ein bisschen kühler. Und in der zweiten Tageshälfte sind hier im Westen einzelne Schauer und Gewitter möglich. Dann wieder ein sehr trockener Sonntag mit viel Sonnenschein. Von Flensburg bis nach Garmich-Partenkirchen. Temperaturen so 28 bis 36 Grad am Oberrhein. Da wird es also wieder sehr, sehr heiß werden. Und auch der Wochenstart bringt weiterhin große Hitze um die 37 Grad. Im Breisgau ansonsten Temperaturen um 26 bis 34 Grad im Rhein-Main-Gebiet. Mittendrin immer wieder Sonnenschein. Ab und zu mal ein paar hohe Wolkenfelder. Vielleicht zum Abend hier und da Hitze oder Wärmegewitter. Die sind nicht ganz ausgeschlossen. Und auch der Dienstag bleibt nach den aktuellen Berechnungen eher sehr warm bis heiß. Wobei es besonders heiß hier im Süden zur Sache geht. 35 bis 37 Grad teilweise. An der Nordseeküste etwas entspannter bei Temperaturen um die 28 Grad. Mittendrin einzelne Quellwolken. Und auch hier gilt, abends sind hier und da einzelne Hitzegewitter möglich. Das Gleiche auch am Mittwoch. Angenehm im Norden. 27, 28 Grad. Keine Hitze hier im Norden. Aber ansonsten bis zu 33 Grad im Osten. Und Spitzentemperaturen um die 35 bis 38 Grad im Süden des Landes. Also im Süden, da kommt eben immer wieder die Hitze und die Wärme herangeströmt. Aber ganz im Norden bleibt es zum Teil ein bisschen kühler. So auch nächste Woche Donnerstag 26, 27 Grad in der nördlichen Region von Deutschland. Dagegen hier Landesmitte und im Süden wieder 30 bis 35 Grad. Im Übergangsbereich zum Teil einzelne kräftige Schauer und Gewitter. Und der Freitag in einer Woche, der könnte dann die Wetterwende bringen. Zum Teil heftige Schauer und Gewitter mit großem Unwetterpotenzial. Temperaturen im Norden 22 bis 24 Grad, sonst 26 bis 33 Grad. Und mittendrin, wie gesagt, zum Teil Unwetter, die da niedergehen. Ein Blick auf die Luftmassentemperatur in 1500 Metern Höhe. Das ist die neueste Prognose vom europäischen Wettermodell für den kommenden Samstag. Und wir sehen hier eine Wärmeblase bis zu 24 Grad in 1500 Metern Höhe. Und das bringt unten am Erdboden sehr hohe Temperaturen, zum Teil über 35 Grad. Und diese Hitze wird aber dann langsam so ein bisschen zurückgedrängt nach der aktuellsten Prognose zum Montag hin. Wir hatten es ja eben gesehen, der Norden nicht ganz so heiß wie der Süden. Im Süden bleibt die Höhenwärme erhalten und damit auch am Erdboden die Hitze mit Temperaturen von teilweise über 35 Grad. Aber dann zum Mittwoch, da kommt nochmal Verstärkung in Sachen Wärmluft hier aus Südwesteuropa an. 24, 25 Grad in 1500 Metern Höhe. Und auch hier im Norden kann sich verbreitet die Hitze, die Wärme, die Höhenwärme wieder voll durchsetzen. Nach unten am Erdboden sind dann hochsommerliche Temperaturen durchaus denkbar. Doch wann kommt der große Temperaturrückgang? Wir schauen auf die Ensemble-Prognose bis zum 1. September und zwar vom europäischen Wettermodell. Es wird heiß in den kommenden Tagen, Temperaturen um 30 Grad. Danach aber könnte es langsam nach unten gehen, Richtung 20 Grad Marke. Zumindest hier für den Norden ab und zu das Ganze mit Schauern und Gewittern. Und im Westen relativ ähnlich, 25 bis 30 Grad. Zum Teil auch mal Richtung 35 Grad Marke ansteigen. Aber dann nach hinten raus sinken die Temperaturen ab auf Werte um die 20 bis 23 Grad. Und dazu immer wieder einzelne Schauer und Gewitter. Im Osten relativ ähnlich, zunächst sehr warm bis heiß um die 30 Grad. Und danach gilt auch hier, ab dem 26. und 27. August gehen die Temperaturen nach der aktuellen Prognose merklich zurück. Und dazu immer wieder kräftige Schauer und Gewitter. Und auch der Süden bringt keine großen neuen Erkenntnisse. Erstmal fast komplett trocken bis zum 24. und 25. August. Das Ganze bei Temperaturen um 30 bis 35 Grad in der Spitze. Und dann sieht man auch hier, dass das Mittel absackt ab dem 26. und 27. August. Da könnte es merklich kälter werden. Und zum Schluss noch der Blick auf die Landesmitte. Auch hier sehen wir eine längere Trockenphase auf die Mitte zukommen. Danach ab dem 25. etwas wechselhafter. Und damit einhergehend auch ein Temperaturrückgang. Aber auch hier gilt, die Streuung ist groß und damit auch die Unsicherheit. Relativ sicher ist die Wärme erstmal. Temperaturen 25 bis 33 Grad in den kommenden Tagen. Aber dieser Absturz ist eben immer noch unsicher, weil eben hier die Spannbreite verdammt groß ist. Ja, das war es vom Wetter auf Wetter.net. Für den heutigen Donnerstag kommt gut durch die Gewitter und Unwetter heute Nachmittag. Wie immer gilt natürlich, es wird nicht jeden treffen. Aber dort, wo die Gewitter zuschlagen, da kann es wieder richtig heftig zur Sache gehen. Tschüss, bis zum nächsten Wetter.